Hallo, hier ist wieder die Trendlupe, Milos und Maik und wir sind jetzt in Bonn. Wir sind hier nicht auf einem Strottplatz. Ich schwenke mal hier ein bisschen rüber. Das wird unsere nächste Unterkunft, Nummer 4. Sieht schon sehr außergewöhnlich aus. Maik, du hast noch mehr Infos dazu, oder? Ja, endlich, warte mal, muss mal kurz hier gucken. Endlich angekommen hier. War doch eine lange Fahrt von Berlin bis hierhin. Ja, wie du siehst, wir sind im Basecamp. Ja, was uns hier erwartet, wir gehen heute campen. Campen in einer Halle, oder? Campen in einer Halle, ja. Draußen wäre es, glaube ich, etwas zu kalt. Stimmt. Deshalb machen wir das Ganze indoor. Ich bin echt gespannt, was uns da drin erwartet. Ja, ich auch. Also von außen sieht es schon selbst vielversprechend aus, muss ich sagen. Ein bisschen skurril. Ich habe ein bisschen Angst. Komm, wir nehmen einfach mal unsere Sachen, checken ein und dann gucken wir mal, wie das drin aussieht. Alles klar. Bis gleich.